Freudige Neuigkeiten bei den Wollnüs Bekommen Sarafina und Peter nach Emory und Casey etwa nochmal Zuwachs? Die Vermutungen sind wild, und Sarafina hat eine unglaubliche Theorie. Die Wollnüs – echte Vollbluteltern mit einem Herzen voller Stolz für ihre drei süßen Kinder, darunter die neueste Familienfreude, Prinzessin Hope Angel Silvia. In der brandneuen Folge von Die Wollnüs, eine schrecklich große Familie, die wir vor einiger Zeit gedreht haben, erleben wir mit, wie Sarafina mitten in ihrer Schwangerschaft steckt. Noch vier Monate, und das neue Baby kommt zur Welt. Doch halt, keine Zwillinge diesmal? Die Geburt wird diesmal nicht in Deutschland, sondern in der Türkei stattfinden. Warum? Sommerferien und Familienzeit in der Türkei. Sarafina erklärt, die Zwillinge fühlen sich hier pudelwohl. Ein exotischer Dreh für die Wollnüs. Aber halt, bevor es ins Krankenhaus geht, hat Sarafina eine witzige Befürchtung. Was, wenn der Arzt plötzlich sagt, herzlichen Glückwunsch, es sind doch zwei. Das eine Baby hat sich hinter dem anderen versteckt. Peter ist skeptisch, aber der Gedanke an Zwillinge lässt ihn nicht los. Ich bete, dass es ein Baby ist. Hauptsache gesund. Beim ersten Ultraschall kommt die große Enthüllung, nur ein Baby. Die Erleichterung ist spürbar, und die Vorfreude auf das neue Familienmitglied wächst. Schaltet ein und begleitet die Wollnüs in dieser aufregenden Zeit voller Liebe, Lachen und spannender Enthüllungen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber nicht.